hallo liebe zuschauer heute stelle ich euch mal wieder etwas technisches vor und zwar habe ich hier den bio light kettle charge das ganze ist ein wasserkocher mit stromgenerator und wie das ganze funktioniert und was es alles kann zeige ich euch jetzt im video viel spaß der kettle charge funktioniert mit einem thermoelektrischen generator der durch temperaturdifferenzen strom erzeugt wer mehr dazu erfahren möchte schaut einfach unten in die beschreibung er erzeugt energie für usb ladefähige kleingeräte mit bis zu zehn watt verwendet werden kann der kettle charge über allen arten von kontrollierten flammen größere feuer die über den rand hoch schlagen können das gerät allerdings beschädigen am besten macht der kessel auf einem gaskocher mit stabilen stand er funktioniert zwar auch auf einem hobo einem spiritus kocher oder einem kleinen feuer allerdings in diese varianten nicht sehr effektiv und wegen der unkontrollierten flammen auch nicht zu empfehlen die bedienung ist recht einfach den powergriff in eine aufrechte position bringen bis die verriegelung einrastet dann den kessel über die einfüllöffnung bis zur maximalkante mit wasser befüllen befüllt den kettle charge bevor ihr ihn über eine wärmequelle platziert und nicht umgekehrt außerdem darf der kettle charge nur mit wasser befüllt werden ist er auf der wärmequelle platziert fängt der kessel an seinen integrierten akku zu laden der ladestatus kann auf dem powergriff rechts abgelesen werden ein leuchtender punkt sind 25 prozent ladekapazität zur information mit meinem gaskocher habe ich für einen vollen akku circa eineinhalb stunden gebraucht und circa 1,5 liter wasser und 250 gramm gas verbraucht die linke seite mit flammensymbol zeigt die stärke der wärmequelle an optimal sind natürlich vier leuchtende punkte um eine überhitzung und beschädigung der elektronik zu verhindern hat der kettle charger ein eingebautes warnsystem das euch visuell und akustisch warnt wenn das gerät zu heiß wird wenn zum beispiel die obere linke led blinkt heißt es dass man sich der oberen temperaturgrenze nähert fängt die dreieckige led an zu blinken und es ertönt ein sich wiederholender piepton ist die flamme zu heiß und die wärmequelle muss herunter geregelt werden das piepsen sollte innerhalb weniger sekunden aufhören wenn die dreieckige led allerdings aufleuchtet und ein dauerhafter piepton ertönt bedeutet es dass das wasser verdampft ist jetzt muss sofort wieder wasser nachgefüllt werden mit der power taste könnt ihr die akustische warnung vorübergehend abschalten wenn ihr keine maßnahmen ergreift kann es den kettle charge dauerhaft beschädigen sobald der akku an ladekapazität gewinnt könnt ihr mit dem mitgelieferten feuerfesten flexiblen verlängerungskabel euer gerät aufladen dafür einfach die gummiabdeckung des usb ports lösen und die verlängerung einstecken ich habe ein iphone und ein ipad verwendet und es hat ohne problem funktioniert die geschwindigkeit beim laden ist identisch mit deren einer steckdose nach der benutzung könnt ihr das heiße wasser für euren tee kaffee oder ähnliches verwenden bio light empfiehlt den powergriff bei der benutzung mit einem handschuh oder ähnlichem schutz anzufassen so heiß wurde der griff bei mir allerdings noch nicht die bodenplatte ist nach der nutzung allerdings sehr heiß also achtet darauf wo ihr den kessel abstellt für schnelleres abkühlen könnt ihr natürlich mit kaltem wasser befüllen um den powergriff nach dem abkühlen für den transport fertig zu machen einfach die verriegelung lösen und einklappen ist der akku geladen könnt ihr eure geräte auch unterwegs ohne wasser und feuer laden schließt einfach das gerät an und drückt einmal auf den power knopf und schon beginnt der ladevorgang der kettle charge wiegt 907 gramm und ist damit kein leichtgewicht auch die maße sind nicht besonders klein er ist zusammengeklappt 7,4 cm hoch und hat einen durchmesser von 19 cm zum abschluss noch die materialien die bodenplatte besteht aus stahl und der kessel aus rostfreiem aluminium der powergriff dagegen besteht aus einem stabilen und hitzeresistenten kunststoff kommen wir jetzt zum fazit liebe zuschauer mir gefällt der kettle charge sehr gut natürlich denken sich jetzt viele so was braucht man in der natur gar nicht und so weiter aber für längere touren ohne strom und auch um einfach sinnvoller mit der energie umzugehen finde ich das gerät echt top auch in den entwicklungsländern stelle ich mir sowas ganz gut vor wo das stromnetz noch nicht überall angekommen ist ich konnte mein iphone 5 mit einer vollen ladung zu 80 prozent aufladen variiert natürlich je nach akku alter und so weiter aber nur als kleiner anhaltspunkt was mir nicht so gut gefallen hat war die empfindlichkeit der elektronik gegenüber feuchtigkeit und nässe laut betriebsanleitung finde bei einem gerät in dem wasser verwendet wird sollte das kein problem darstellen die größe und das gewicht fand ich jetzt auch nicht so schlimm da ich denke dass so ein gerät eher nur stationär oder in der gruppe genutzt wird und da alles gut aufgeteilt ist ansonsten mit 150 euro natürlich nicht so günstig wie ein akku pack aber auch nachhaltiger ja das war es von mir ich hoffe das video hat euch gefallen gebt mir ein like lasst einen kommentar und abonniert mich bis zum nächsten mal